So, beitreten und jetzt versuchen wir, Koga zu sneaken, indem wir einfach Spam, Spam machen. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Position. Nein! Fail, Leute, was ein Fail, was ein Fail. Was ein Fail. Scheiße, Leute. Egal, dann spielen wir jetzt die Emote-Challenge. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Challenge Time in Paladins. Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück bei der zweiten Folge von Challenge Time. Und hier kommt die Challenge. Bei jedem Kill deinem Emote benutzen. Ja, wir spielen Androxys, wie ihr seht. Und heute die Emote-Challenge, nach jedem Kill sofort ein Emote machen. Ich kill jemanden und direkt erstmal B drücken und dabben, bevor ich überhaupt irgendetwas anderes mache. Ähm, wir nehmen einfach mal rollende Köpfe. Oder nein, wir gehen mal auf den Umschwung diesmal und nehmen fairer Tausch. Und wir kaufen uns einen Quarter-Rezerose oder heisames Töten. Denn das gibt uns immer 300 LP erstmal, wenn wir dabben müssen. Erstmal kurz 300 LP dazu, damit wir kurz safe dabben können. Und dann schauen wir mal, was so geht damit. Da hinten ist eine Meeve. Wir laufen erstmal hier raus. Oh, schon lang kann Androxys mehr gespielt. Erstmal direkt... Verkackt. Alles. Ah ja. Kein Aim, Leute. Kein Aim. Also wir spielen natürlich Androxys, weil der dabben kann, ist ja ganz klar. Ich wollte eigentlich gerade Koga aufnehmen. Aber ich habe ihn nicht bekommen. Und deshalb müssen wir jetzt hier die Challenge spielen. Nein. Komm her. Jawohl. Da ist der Dab. Uh. Ah, jetzt muss ich hier raus aus dem Dab. So. Von hinten. Snaggerieren wir uns jetzt den... Ja, okay, dann treff halt nix. Oh nein. Das war nicht unser Kill. Wir müssen kein Dab machen. Aber erstmal dabben. Nein, ich konnte nicht mehr dabben, weil ich tot war. Okay, als Strafe, dass ich es nicht mehr geschafft habe zu dabben, müssen wir jetzt direkt vom Horst abstreiten. Und... ...dabend hier nach vorne laufen. Ah, komm, du schaffst es. Du schaffst es. Los, Andro. Ja. Dabben. Brrrra. Kann ich das nicht? Abbrechen? Nur wenn man schießt, richtig dumm. Da ist Furia. Ah, ich treff nix. Was? Als ob ich so low werde. Mir fällt gerade auf. Ich habe ja mein... Oh, zu spät. Wir haben aber jetzt die Ulti. Mal sehen, ob ich da was machen kann. Hallo? Ja, okay, da ich sehe gar nix. Ciao, da habe ich keinen Bock drauf. Komm. Jawoll. Dad. Und dab. Ich kann nicht abbrechen. Alter, was ist das denn für ein Kack? Ich kann nicht dabben. Ich kann nicht dabben. Aber ich muss dabben. Ich dabbe. Ich sehe. Proof. Beweis. So. Nein, das war gar nicht mein Kill. Und ich habe daneben gedrückt. Okay, da in der Ulti hätte ich eigentlich nicht weiter schießen dürfen, weil ich hätte ja erst dabben müssen. Deshalb muss ich jetzt als Strafe mal wieder gedabbt loslaufen. Das dauert jetzt so lange, ne? Bam. Na, ist nicht mein Kill. Ich muss nicht dabben. Auch nicht mein Kill. Okay, ich treffe mal wieder gar nix. Ich sollte natürlich mehr meinen Kill benutzen. Ich habe jemanden gekillt. Dab. Und jetzt. Hier muss ich irgendwie. Ha. Oh, danke schön. Aber hier ist irgendwo eine Mief. Okay. Ich weiß nicht, wo die ist. Da. Hier um die Ecke irgendwo. Oh. Oh, Alter. Wie kann man eigentlich so schlecht sein? Das ist echt krass. Step. Step. Ah, ja. Okay. Okay. Oh, ich komme nicht ran. Ich bin ein Bonobo und kann nichts. Wo bist du? Was? Oh. Nein. Leute, ich habe eher. Ich wollte den nicht direkt killen, damit ich noch meine Ulti benutzen kann, bevor ich dabben muss. Und oh. Das war keine gute Idee. Aber ich muss mal was kaufen. Mit vielen Flankern, die irgendwie hochkommen. Oder auch mit Drogos. Ganz easy, Leute. Das ist echt ein guter Trick. Ah, ja. Okay. War eine gute Ulti. Nein, ich mein kill. Ja. Step. Hallo? Hallo? So, nachladen. Nachladen. Jawohl. Ah, leider den kill nicht bekommen, sonst hätte ich nochmal schön dabben können. Aber ich kann ja auch so einfach mal dabben. Dab. Boah, ich brauche immer so lange, um mich zu dabben. Dab. Haha, ihr gebt mir Nachladung. Danke. Boah, ja super. Die Androxys Ulti, die wird von so viel geblockt, ne? Das glaubt man gar nicht. Aber ich kriege richtig viel Healing. Uh. Nein. Ja, nein, das war nicht mein Kill. Naja. Lassen wir die mal in Ruhe und Caption hier schön. Na, also ich flanke, ich muss die bisschen weg, so. Alter, wie kann man so schlecht sein? Ganz ehrlich. Aber wir haben gewonnen. Geil, 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 nice. Also es lief auf jeden Fall wirklich nicht schlecht. Viel besser als die Emoji Challenge auf jeden Fall. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie gerne an. Ne? Falls ihr mehr Paladins Content haben wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Und falls ihr mehr Challenge Time haben wollt, nicht die Bewertung vergessen. Falls ihr selber eine Challenge irgendwie habt, eine Idee habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und vielleicht wird sie dann ja bald schon drankommen in diesem Format. Und ja, dann würde ich sagen, war es jetzt von heute Nacht. Träumt euch, es ist eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Und ciao, ciao. Bis dann, ciao.